Call of Cthulhu Aber ich hatte schon zwei andere Projekte Und man kann natürlich nicht alles gleichzeitig machen Ihr kennt es Man hat einfach nicht die Zeit Irgendwie tausend Spiele gleichzeitig zu spielen Aufzunehmen, was auch immer Und dann noch alles zu schneiden und so Und dementsprechend Kommt das jetzt Wir wollen den Wahnsinn betreten Das sieht schon super geil aus hier Mit dem Gott gleichen Geschöpf Cthulhu Da oben im Himmel Wir betreten den Wahnsinn Ich freue mich richtig, dass wir das jetzt endlich angehen können Dieses Game Ich habe mich schon so darauf gefreut, das endlich spielen zu können Wir haben natürlich jetzt extra gewartet, bis Alle anderen Projekte abgeschlossen sind Thronebreaker und Assassin's Creed sind durch Jetzt kommt das erste Mehr oder weniger Horror Detektiv RPG Let's Play Dingsbums Mischungen aus allem möglichen Auf diesem Kanal Und ein bisschen Hintergrundwissen habe ich Ich habe mir mal so ein paar Bücher reingezogen Von H.P. Lovecraft Beziehungsweise so Kurzgeschichten Auch Hörbücher Und irgendwelche Videos auf YouTube Die damit zu tun haben So ein bisschen diesen Cthulhu-Mythos Erklären Oder zumindest so ein bisschen Versuchen einen nahe zu bringen Und so weiter Und es ist schon Es ist natürlich sehr weit hergeholt Klar, es ist halt eine Horrorgeschichte Aber es ist eigentlich schon interessant Es ist mal cool irgendwie Ich weiß nicht Dass so ein amerikanischer Schriftsteller Wie H.P. Lovecraft Aus so einer Geschichte kommt Auf mehrere Das war ja so Glaube ich Es gibt ja nicht nur Cthulhu Sondern du hast ja Man hat ja die großen Alten Und da zählen ja mehrere noch mit dazu Es wird ja gesagt Dass sie von irgendwo aus dem Universum Auf die Erde herabgekommen sind Um sie zu versklaven Und darüber zu herrschen Und Cthulhu ist ja mehr oder weniger Derjenige gewesen Der dann in einer versunkenen Stadt Irgendwann im Pazifik Mehr oder weniger schläft Und ruht Bis ihn jemand wieder Durch Rituale erweckt Und ich glaube Das passiert sogar hier In diesem Spiel Aber ich weiß es nicht genau Ich kenne mich überhaupt nicht aus In diesem Spiel Ich weiß auch gar nicht Was uns jetzt alles erwarten wird Wir werden einfach mal reinschauen Und gucken Was passiert Und lasst uns überraschen Wir machen mal ein neues Spiel Wir haben hier vier Speicherplätze Ich würde sagen Wir nehmen direkt den obersten Fangen an Kapitel 1 Ermittlungsagentur Pierce Boston Boston 1924 Edward Pierce Veteran aus dem Ersten Weltkrieg Ertränkt seine Erinnerungen In Alkohol und Schlaftabletten Er ist jetzt Privatdetektiv Und hat Schwierigkeiten Einen neuen Fall zu finden Der ihn aus seiner Lethargie befreit Pierce muss schnell Einen neuen Auftrag bekommen Sonst kann er seine Lizenz verlieren Das wäre natürlich nicht so schön Ich gehe mal davon aus Dass das seine Privatdetektei ist Da vorne Die man rechts im Bild sieht Mit seinem super chilligen Bürostuhl Der aber scheinbar Der aussieht Als hätte der Rollen Aber ich glaube Der hat gar keine Rollen Oder? Das gab es doch zu dem Zeitpunkt Noch gar nicht Oder doch? Ich weiß es nicht genau Wir werden uns das anschauen Und nach und nach Werde ich natürlich auch mal So ein bisschen mit euch quatschen Während dem Let's Play Wenn man gerade mal so ein bisschen Zeit hat Über diesen ganzen Mythoskram Und so weiter Wir fangen an Zwei wunderschöne Zitate von HP Oh shit Was geht denn hier ab? Was ist denn das alles? Sind das als Gedärme oder was? Warum in so ein Hai gerade? Junge Komplett blutverschmiert Bewegen Zum Bewegen drücken wir WASD WSAD Wie auch immer Das ist alles gleich Grafisch Alles auf Maximo Es läuft auch alles flüssig Zumindest aktuell Und dann nur in der Höhle hier Boah Leute Ich kann euch sagen Die Geräuschkulisse Bei so einem 7.1 Headset Oder 5.1 Ich glaube ich habe virtuellen 7.1 Sound Ich weiß es gar nicht genau Aber die Geräuschkulisse Ist so dermaßen geil Das ist echt mega geil gemacht Heftig Wir sind irgendwo In einem unterirdischen Tunnel Auf jeden Fall Da hinten liegen noch Diese ganzen Gedärme rum Irgendwas wassermäßiges Eine Laterne mit grünem Rauch Okay Kann man hier auch irgendwie Sich ducken und so Ah mit Steuerung links Okay alles klar Sonst können wir nichts machen C geht auch nicht F geht nicht Alles klar Okay okay Heftig Boah sieht alles schon richtig krank aus Zieht euch das mal rein Mit dem Hai hier auch Boah Alter alter Ekelhaft Können wir auf jeden Fall Eine Haifischsuppe draus machen Zum ducken Genau die Taste haben wir schon raus Was ist da vorne Kennen wir gar nicht Mit E interagiert man Okay Aber das können wir wohl Hier knicken Shit Hier geht's noch weiter Sonst irgendwo Ne Okay Auch dieser ganze Rauch hier Das sieht so krank aus Wer da weiterkommen Weiß ich noch nicht Wir gehen mal gerade hier runter Gegen die Dunkelheit Du musst manche Gegenstände anleuchten Um mit ihnen interagieren zu können Äh wie mach ich das denn mit dem Anleuchten Geht irgendwie nix Zum aufheben eines Gegenstandes drücke G Glaube ich war das gerade Oder habe ich das Schwimmt da irgendwas Boah das hört sich so an als wäre hier irgendwas Wow 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 Okay Ich hoffe das kommt jetzt nicht nochmal raus Das Vieh ey Hier in dem Boot Ist nix Boah da kommen wir ja schon durch Gänsehaut Ihr Junge 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 Ach genau hier steht es Zum aufheben eines Gegenstandes drücke E Nicht G Habe ich mich doch verlesen Was ist denn mit der Laterne Können wir die nehmen Ach Tatsache Die hat auch so einen grünen Licht Rauchschein Was auch immer Das sieht echt ziemlich merkwürdig aus Gehen wir mal weiter Aha Jetzt können wir das auch nehmen Wir konnten das nicht nehmen Weil wir das nicht angeleuchtet haben Das ist der Bolzenschneider Mit dem können wir dann die Kette aufschließen Beziehungsweise aufknacken Hinten bei der Tür hier links Was war da Ich dachte gerade da steht einer Weil ich mich vertan Junge Junge Das sieht alles ziemlich gruselig aus Hier Aber gut Dann Knack Tür Auf Sieht alles so unwirklich aus Was ist das hier Alter 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 Oh Gott ey Wo sind wir denn hier gelandet Mann What a putrid offering Welche widerwärtige Opfergabe Also sind das alles Opfergaben An Dieses übernatürliche Wesen An diesem Thulu oder was Boah Bezieht euch das mal rein Hier ist ein Hai Da vorne haben wir ein Schwertwal Beziehungsweise Orca Da hinten liegt glaube ich noch einer Boah Hier klafft Hier klafft Da ist ein Lichtschein da oben Vielleicht kommt man da raus Hier kommt man nicht hoch Hier weiß ich Okay mit Umschalt können wir rennen Ich glaube das Weil es schon so angekündigt wird Müssen wir das auch gleich tun Oder müssen wir das nicht tun Ich will es auf jeden Fall noch nicht tun Noch haben wir keinen Grund dazu Hoffe ich Die Tür geht einfach rauf Oh shit Es steht bereits geschrieben Es steht bereits geschrieben But perhaps you will attempt to change your destiny Alter Junge Ach du Scheiße Ich hasse Whisky sagt er erstmal Whisky schmeckt eigentlich mega geil Kommt halt immer drauf an Was für einer Irischer Whiskyfreunde Jameson Und Cornamara Kann ich euch nur empfehlen Schmeckt sehr geil Ja dann scheint Edward Pierce bereits schon Ziemlich gestört zu sein Im Kopf Hat schon richtige Paranoia Oder es war eine Art Vision Traum oder Vision Ich kann es nicht sagen Ich wundere warum Ich nehme diese Dinge Schlaftabletten Man kann die auch drehen hier Okay Die Ärzte haben sie verschrieben Als ich aus dem Krieg zurückkehrte Sie sagten Sie würden den Albträumen An Ende bereiten Seit einiger Zeit Lässt die Wirkung Immer mehr nach Tja Ist halt die Frage Lässt die Wirkung nach Oder werden wir immer Verrückter Beziehungsweise Edward Krass Er hat nicht mal ein eigenes Bett Es sei denn Das ist ja Moment Es ist ja nur die Detektei Kann ja sein Dass er Eigentlich noch ein anderes Richtiges Zuhause hat Ich war ein avid-Leader Lässe Ratte Okay Da kann man nichts mit anfangen Warum auch immer Nicht gerade hochkarätige Fälle Was haben wir hier Marriere Frau Er riecht mit ihrer Frau Mit ihrem Freund Der Mann konnte es nicht verstehen Er hat mich noch Wochen Nach Ende der Untersuchungen Angerufen Tja das war ja im Prinzip Einfach Ein einfacher Fall Ihr Case closed Mehr oder weniger Auch schon Ja Ja ist halt nicht alles Immer so sonderbar Und verrückt Wie das was uns Eventuell erwarten wird Da haben wir das Whisky Glas Ich zumindest von aus Und dann noch ne Tasche Hier haben wir schon reingeguckt Oder? Ne da haben wir reingeguckt Eine gute alte Geschichte Of Blackmail In einer Spiegesie Eine Pressungsgeschichte In einer Flüsterkneipe Dem Barbesitzer Der mich angeheuert hatte Gefiel es gar nicht Wie ich diesen Fall abgeschlossen hatte Aber das kann man schon machen Wenn man gesetzeswidrig handelt Gehandelt hat Und ein Privatdetektiv Beweise gegen einen hat Warum hat Ayn dann angeheuert? Das ist natürlich Schwachsinn War nur wahrscheinlich besser Als er erwartet hat Natural Sciences Linguistik Archeologie Als ob der sich das alles Reingezogen hat Krass Diese ganzen Sachbücher Beziehungsweise Das ist ja alles Wissenschafts Lektüre Aber man kann das Radio ausschalten Aber wollen wir das? Ich glaube nicht, oder? Ist ja eigentlich ganz gut Machen wir kurz aus Kann man auch wieder anmachen Damit hat das Spiel gespeichert Ah, das Telefon klingelt Sekunde Ich sollte diesen Kram loswerden Das scheinen irgendwie alte Fotos Mit Fällen zu sein An denen er schon gearbeitet hat Es war ein paar Jahre Seitdem ich etwas anderes als meine Nachtmärkte Ach, was haben wir denn hier? Ermittlungsagentur Pierce 20. Oktober 1924 Der Doktor kann mir noch so oft erzählen Mit einem Oh, was haben wir hier Diese Fähigkeitenbaum scheinbar Krass Was, was, was? Nochmal, nochmal, nochmal Achso, hier steht Ach, das sind die verschiedenen Skills Redegewandtheit Entdeckung Psychologie Ermittlungsstärke Medizin Kultismus Wir haben null Charakterpunkte Verfügbar Und da steht immer Wie viele man braucht Für die einzelnen Dinger Ok Ich denke mal Damit können wir uns später noch befassen Das lesen wir uns dann noch später alles durch Wenn wir dazu kommen Albträume Edward Pierce ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg Indem er an der Mars-Argonnen-Offensive teilnahm Er ist einer der wenigen Überlebenden des verlorenen Bataillons amerikanischer Soldaten Die schwere Verluste durch Artilleriefeuer von Feinden und Alliierten erlitten Inmitten gefallenen Kameraden und ohne Nahrung oder medizinische Versorgung Mussten sie ihre Stellung mehrere Tage halten Und wurden deshalb von ihren Landsmännern als verloren betrachtet Pierce ist von diesen Ereignissen traumatisiert Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er Die Albträume, die ihn heimsuchen, abzuwehren Verstand stabil Überzeugt von deinen Fähigkeiten und deinem kartesianischen Denken Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Kartesianischen Denken, ja genau Führst du Ermittlungen durch, bei denen du dich an Fakten, Überzeugungen und deine Wahrnehmung Der Realität hältst Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig Alles klar, das heißt wir sind noch relativ normal im Kopf Darkwater ist scheinbar der Ort, wo wir hingehen Da haben wir noch nix Orte haben wir die Ermittlungsagentur Meine private Detektei, die bei der Detektei Wentworth unter Vertrag steht Nach dem großen Krieg beschloss ich mich in Boston niederzulassen Hier gibt es immer genug Arbeit für Leute wie mich Ein kleiner Fall jagt den nächsten Ehebruch, offene Rechnungen, Verschwundene, die gar nicht verschwunden sind Die alte Bürokouch ist nicht so bequem wie ein richtiges Bett Und ich sollte wohl die leeren Flaschen loswerden Aber es ist mein eigenes Reich für den Moment Okkult haben wir noch nix, Hinweise haben wir natürlich auch noch nix Und wir haben im Inventar ein Boah, warum habe ich denn so eine zur Nase, Junge, Junge Ein Feuerzeug Mein altes Feuerzeug, das ich in Gedenken an die 77. Infanteriedivision und die Gefallenen des verlorenen Bataillons graviert habe Lost Battalion 10, 7, 18 Ok Was bedeutet denn 10, 7, 18 In diesem Zusammenhang 1918 Kann das sein? 1918 war der Krieg, dann 10. Juli 1918 Irgendwie so Oder 7. Oktober 1918 Ich glaube die Engländer und Amerikaner machen ja immer den Monat zuerst und dann den Tag Irgendwie so So, dann haben wir noch die Schlaftabletten Das hatten wir schon Ähm Dann haben wir hier den abgeschlossenen Fall, das hatten wir auch schon gelesen Und den gelösten Fall hatten wir auch schon gelesen Dann können wir da wieder raus Okay Aua, ja, ja, ist ja gut Den Whisky gucken wir noch nicht an Ich bin listening Bist du Edward Pierce? Privatinvestigator, kontraktiert bei der Wentworth-Detektiv-Agencie? Das ist korrekt Hallo, Herr Pierce Ich bin Lucy Schauerfield In charge of Investigators over at Wentworth I'm calling because of a problem with your file A fire has destroyed some of our documents Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, andere in Gesprächen zu überzeugen Oder zu manipulieren Das finde ich eigentlich schon ganz cool Wir gucken mal weiter Aber das ist von 2 auf 5, okay Und wir brauchen 4 bis zum nächsten Das ist schon viel Entdeckung ist die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, versteckte Gegenstände zu finden Nicht entdeckte Gegenstände erscheinen nicht im Spiel, okay Unter Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Person anhand des Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstandes zu verstehen Dann haben wir noch Ermittlungen Ermittlungen beeinflusst dein Untersuchungstalent Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder eines Gegenstandes zu verstehen Verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu knacken Stärke bezeugt deine Fähigkeit, körperliche Kraft anzuwenden Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Türen und Mechanismen aufzubrechen Oder in interaktiven Gesprächen Gewalt, körperlich oder verbal anzuwenden Okay, das scheint aber auch eigentlich gar nicht so schlecht zu sein für Überzeugung Medizinkunde Medizinkunde repräsentiert dein medizinisches Fachwissen Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Medizin richtig zu dosieren, eine Diagnose zu erstellen oder ein medizinisches Problem zu verstehen Und damit zuletzt Okkultismus Repräsentiert dein Wissen der okkulten Wissenschaften Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Herkunft und Verwendung okkulter Artefakte zu erkennen Und dein Wissen über den Mythos anzuwenden Das finde ich auch interessant Das finde ich sogar gar nicht mal so uninteressant Wir haben 0 im Prinzip gerade und wir brauchen 4 bis zum nächsten Das ist aber krass, ey Und hier brauchen wir 6 bis zur nächsten Stufe Ach du Scheiße Boah, das ist aber ziemlich viel, ey Junge, Junge, Junge Ähm, ja Ich würde sagen, Ermittlung ist schon relativ ok 3 von 5 Redegewandtheit, Entdeckung und so weiter Also ich finde, wir sollten uns vor Augen halten, dass Pierce einer ist Der früher im Krieg war Das heißt, wenn er früher im Krieg war Dann muss er ja eigentlich auch einen gewissen Grad an Stärke haben Deswegen finde ich Sollten wir die Stärke auf jeden Fall mal hoch machen Zumindest bis, äh Zur Stufe 4 eventuell Jetzt sind wir schon mal Experte, was Stärke angeht Jetzt sind wir noch 2 Punkte übrig Und ich würde das gerne in Okkultismus machen, weil Redegewandtheit, Entdeckung, Ermittlung, Psychologie und Medizinkunde Da gucken wir alles nochmal Was man da, ähm Weiter finden kann Okkultismus wäre halt auch geil, wenn man das direkt von Anfang an auf 2 hätte Wenigstens, oder auf 1 Aber, naja gut Also ich würde gerne auf jeden Fall noch Psychologie und Redegewandtheit machen Entdeckung, eigentlich ist alles geil Wir haben viel zu wenig Punkte, aber egal Wir machen das jetzt mal so Stärke und Okkultismus machen wir erstmal Okkultismus im Sinne von Wir haben uns schon mal damit beschäftigt, würde ich sagen, oder? Oder tun wir so, als wären wir derjenige, der gar keine Ahnung hat von Okkultisten Okkultismus Okkultismus Hm Das ist halt die Frage, wie wir das machen Vielleicht lassen wir es erstmal so und schauen, wie es weitergeht Wir werden ja wahrscheinlich auf jeden Fall noch neue Punkte dazubekommen irgendwann Und dann können wir ja immer Also Stärke, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr weitermachen In dem Fall Also sehr lange schon mal nicht Das heißt, wir können uns auf Fokultismus und Medizinkunde fokussieren Und dann haben wir noch Ermittlungen Redegewandtheit, Psychologie Und ok Ich würde sagen, wir lassen das mal Ja, wir lassen das mal Thank you for this information, Mr. Pierce Our files will soon be up to date And on a related matter May I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors And it would seem You've been accepting fewer new cases Work is scarce Mr. Pierce You know as well as I do There's never been more investigative work than now But are those cases worth it? They're worth not losing your license Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency And we might keep you on the payroll Mr. Pierce, you still I'm coming Ah, so sieht er aus Oh, und er hat die Synchronstimme von dem Typen, der auch Vampire Den man bei Vampire spielt Bei diesem neuen Vampire-Spiel Finde ich cool Gefällt mir jetzt schon Wer ist das jetzt? Sir, I came here on the advice of a person Who my hold in high esteem And I must say that I expected anything but a drunkard's lair Wir sind kein drunkard, man Boah, wenn ich das Bild schon sehe, was der da in der Hand hält, ne? You're free to leave anytime, sir Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector All of Boston knows you Tell me, Mr. Pierce Are you capable of handling a new case Or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me It means you're desperate Nobody believes me They take me for an old fool Sarah, my little girl She is dead Even you must know her She was Sarah Hawkins The painter Yes, everyone knows her work The police accuse her of killing her family They all died in a fire Sarah, her husband And Simon, my grandson I can't do anything for a woman who was already dead Find out the truth They say she was mad But I know that's a lie She would never have done such a thing But if you have no proof I've brought all that I have Look I want you to look carefully At this painting Tell me all the assumptions that come to mind Okay Ach du Scheiße What am I supposed to find? Tell me Tell me if this is the work of madness Offensichtlich, oder? If on the contrary You manage to detect some logic A rationality to follow So that I may understand it Is that all you want from me? Yes Please Alright I'll look at your picture Okay, we saw this That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk It contains everything I have on the affair Okay Also wir haben auf jeden Fall die Akte und wir haben das Bild Ich würde sagen, wir gucken uns zuerst das Gemälde an und dann die Akte Also meiner Meinung nach, was erkennt man denn da auf dem Bild jetzt genau? Kann man da irgendwie näher ran? So ungefähr? Wir sehen auf jeden Fall ein sehr, sehr merkwürdiges Wesen Irgendwie eine Art Mensch, der zu einem Monster wird Mit so einem komischen Okkultistischen Okkultistensymbol auf dem Gewand Was auch immer der da anhat Und dann sehen wir hier links Eine Frau, die irgendwen schützt Ist das der Sohn vielleicht? Ist das die Familie? Sieht so aus, ne? Die Frau beschützt ihren Sohn vom Mann So würde ich das jetzt interpretieren Vielleicht ist der Mann ja irgendwie total durchgedreht irgendwann Wenn noch die Akte Ein Schwerhaus auf Darkwater Ein Lagerhaus Achso Sorry, ähm Eine Versandadresse Sie ist zum Teil unleserlich Aber ein Teil ist erkennbar Lagerhaus 36 in Darkwater Der Polizeibericht hier Moment Der Polizeibericht Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach Und die gesamte Familie tötete Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an Verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins Aber warum? Zeitungsausschnitt Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins Ein Geschäftsmann von der Insel Darkwater Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon Okay Kann man da irgendwas drehen? Ist dahinter vielleicht noch irgendwas? Ne, aber das Bild ist irgendwie zusammengeklebt Okay So, Mr. Pierce Was machst du von diesen Elementen? Tja Ich würde sagen Wir machen hier mal eine kleine Pause, oder? Das war doch schon mal ein guter Einstieg Ich würde sagen Wir machen hier eine kleine Pause Und Sehen uns dann In der nächsten Folge wieder Bis zum nächsten Mal, Freunde Haut rein Bis dann Ciao, ciao Bis dann Bis dann Ciao Bis denn Also Bis Bis dann Bis dann ivity t